Ein wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Runde Arvorion hier auf diesem Kanal zusammen mit dem Luke. Hallo Luke. Einen wunderschönen. Ja, ich habe jetzt gerade eben, als ich mich ins Spiel eingelockert habe, mich einmal hingesetzt und habe meine beiden Schiffe, kleiner Wurm und die Hematosi, einmal nach unten geschickt. Die muss ich echt umbenennen. Weil da unten ist ein Schrottplatz. Wir brauchen ja dringendst und schnellstmöglichst neue Materialien hier nach. Und das dauert mir zu lange. Also habe ich gesagt, die beiden schicke ich nach unten. So wie die unten angekommen sind, werde ich sie mir schnappen und werde unten anfangen, den Schrottplatz auseinanderzunehmen. Die Hematosi wird die ganze Zeit über mein Schiff zum Abwracken verteidigen. Und da sollten wir doch eigentlich relativ zügig mehr Ressourcen kriegen. Zeitgleich werde ich mich hinstellen und mit meinem Mining-Schiff auf den Mining-Tour gehen. Aber stell dir einen Timer, wenn du da am Abbauen bist. Ah, ich weiß, was du sagen willst, wegen Ablauf von dem Gedönsens. Richtig, weil sonst greifen sie dich an, weil du ja ohne Lizenz arbeitest. Ja, ich will dich gerade. Ich kann eine Stunde kaufen, zweimal 20 Minuten nehmen wir auf, plus minus überziehen sind wir so bei 30 Minuten. Und das soll ungefähr genau hinkommen. Okay. So, was haben wir hier? Energieforschungssatellit. Beschisseneres Timing gibt's nicht. Ehrlich, ein beschisseneres Timing kann man nicht haben. So, wie lange seid ihr noch unterwegs? 57 Prozent, zwei Minuten brauchen sie noch, gut. Ich ignoriere den Forschungssatelliten jetzt bewusst einmal weg. Ich habe nämlich keine Lust, dass jetzt hier auch noch der Gegner davon auftaucht. Ja, besonders jetzt, wo ich ohne Bewachung durch die Gegend fliege quasi. Ich habe kein Verteidigungs-Schiff dabei, weißt du? Ah, mit dem Fuß gegen die Rolle vom Stuhl. Ah, mit dem Knochen an der Seite. Sehr schön. Das hinterlässt auf jeden Fall bleibenden Eindrücke. Autsch. So, gespeichert Design. Gibt's hier eigentlich irgendwas? Mining-technisch? Ich weiß halt nicht. Allee, hier müsste ich die meine Fregatten von Brankow wieder nehmen. Wieso? Ach, verdammt, der ist uns angekommen. Ähm. Ich glaube, die sind effizienter. So, wo sind wir denn? Pech Schrott wieder löschen. Da unten sind wir. In Schiff, in Sektor wechseln. Kleines Gewürm. Ja, ich sag dazu jetzt nichts mehr. Ich muss das Ding umbenennen, das geht nicht. Steinprügel. Steinklopfer. Steinprügel. Ja, Steinbeißer ist schon dagegen. Steinprügel. Lass dir die Mauerverzug jetzt ergehen. Hä? Abwrack-Schiff. So, bevor ich jetzt gleich einen Kommentar kriege, äh, schreibt das T gleich. BD Schuh, Leute. Jetzt heißt's vernünftig. Eigentlich könnte Schiff dahinter rauslöschen, ne? Schiff? Abwrack-Schiff. Passt doch. Du hast das T vergessen. Schiff. Abwrack-Schiff, was? Einmal schiffen, aber hart, bitte. Mmh. Ein Mix-Chaken-Salat? Jo. So, hab ich hier noch Abwrack-Gläser. Abwracki, mh, genau. Nach dem Material. Oh Gott, ich hab ein Trinium, zwei Trinium-Abwrack-Gläser. Das ist ja auch nix. Was, was besteht in die Platte hier? Oh Gott. Machen wir was. Trinium und dann passt das. Oh, wir können auch Xanio nehmen, ne? Äh, shit. Das war die falsche Taste. Oh. Shit happens. Shit, die go, oder? Kann man bei euch Crew anheuern? Tatsache. So, du bist mal bitte so gütig und hast, äh, hier alle Fein im Visier. Und du, flieg mal. Obwohl, wir können ja auch noch schnell die Dings drauf klatschen. Ähm. Ja, wenn man jetzt die ganze Zeit Dyson Sphere aufgenommen hat und dann auf einmal umswitcht zu Arvorion. Ist ja gut und schön, ne? Ja. Aber ganz ehrlich, ich will immer mit der mittleren Maustaste jetzt anfangen und, äh, das Bild drehen. Kannst ja machen. Funktioniert noch nicht so gut. Ist ja, äh, nicht mein Problem. Dankeschön. Ach. Hat der Koch lieb. Ich mich auch. Ja, ich weiß. Gesunder Egoismus gehört dazu. Richtig. Na, Einbildung ist auch eine Bildung. Ich weiß, viel mehr hast du nicht genossen, aber okay. Ja, wenigstens hat man mich als Kind nur, äh, zweimal nicht gefangen. Bei dir war es ja wohl dreimal. Ah. Muss ich wieder das Schnitzel rausholen, damit wenigstens der Hund mit dir spielt. Und wer spielt da mit dir? Den verknappe ich mir jetzt. So, ein paar Schiffe bauen, bitte. Ich hätte gerne nochmal eins. Bergbau, 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 Bergbau. Oh, sieben Minuten fahren, ist in Ordnung. So, ein bisschen dichter ran, dann heuern wir nochmal Crew an und dann geht das auch los hier. Ja. Das mach mal. Ich seh mich da schon wieder reinklatschen in die Station. Da warten wir alle immer drauf. Ah, ist so ein Highlight, ne? Die einen klatschen in die Hände, die anderen in die Station. Hm, okay. So, Schrottplatz. Du mit dem Kopf auf die Durchplatte. Abwracklizenzen kaufen. Oh fuck, jetzt hab ich Doppelklick gemacht. Ups. Die Schütze in Güterzell. Ach du Kacke. Okay, aber, ihr Jungs, ihr habt den Darfschein, Autopilot, Överrechts verschrotten. Was hat mein Inventärin? Oh, ruckel, 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 ruckel. Krach. Ach Gott. Hast du so viel? Och ja, dann. Hm. So, jetzt muss es hier ein bisschen schneller gehen. Ups. Komm, hau ab, hau ab, hau ab. Ah, verdammt. Was ist los? Ach, ich versuche hier gerade, meinen ganzen Müll loszuwerden. Erfolg los. Hm. Ja, egal, ich geb's auf, komm hier. Du machst Frags verschrotten, dann lohnt sich das von den Kohlen her wenigstens. Und, jetzt müllen wir uns unser eigenes Inventar einfach mal zu. Ich müsste mal gucken, ob ich den, ich, ich hoste das ja als Server, ob ich dem nicht irgendwie sagen kann, dass unser Inventar, ähm, hier ein bisschen größer wird, weil hier haben wir nur 1000 Inventarslots. Ich hätte so gerne so 3.000, 4.000. Ja. Gucken, ob das funktioniert. Also hat sich jetzt schon gelohnt. Sehr gut. So, 10-Niger könnte ich noch versorgen. Okay. Kann ich hier nicht auch noch Klo und Karpfen draufpacken? Ach, hier hat der auch noch Geschütze dran, ne? Ach, hey, jemini, jemini. Oh, heilige. Na, Gegner? Ach, ey, jemini, jemini. Achso, ne, dort nicht. 9 Millionen kostet mich der Spaß. Da muss ich noch ein bisschen warten. Zappel nicht so viel rum, ich versuche hier gerade halbwegs mit dich zu bauen. Zappel, zappel, zappel. Nervig. N-n-n-nervig. So. Och. Passiert. Bloddy. Nee. Äh, hier. Chivy. Crew. Darf ich euch jetzt kloen? Ja. Das hab ich euch nicht auf automatisch gesetzt. Äh. Äh. 56 Stück. 30 Minuten. Nehmen wir. So kriegt man Piloten nach. Okay. Okay. So. Gut. Gut, haben wir das. Dann wechseln wir wieder den Sektor hier zurück. Du, mal mit dem hin und her gespringen. Ja. Entscheide doch mal für ein. Ja, nee, ich muss ja in mehreren Sektoren gleichzeitig arbeiten. Eine Million Trinium brauch ich. Alter, verdammt. Ich brauch vier Millionen Xanium. Was soll ich denn sagen? Hä? Das soll man natürlich nicht. Ich setze erst mal auf Nanonid. Das geht auch. Hehehehe. Ah, nee, Herr Kuss ist immer noch zu finden. So. Was ist er denn? Fliegt hier so ein kleiner, einsamer, armer Jäger im Sektor rum? Ja, einsammeln. Ja, ist nicht meiner. Leider ist das nicht meiner. Hast du Torpedos dabei? Das ist nicht mein Torpedoabschlussrampen, ne? Nee. Warum dockt die alle an? Mir fehlt auch noch Eisen. Keine Asteroiden mehr im Sektor. Na toll. Na dann, äh, nächster Sektor. Jups. Geld nehm ich. Ja, ihr Lieben. Das wird jetzt hier so laufen. Ich werde jetzt auf jeden Fall noch ein bisschen mehr fahren müssen. Aus dem einfachen Grunde, wie gesagt, ich hätte gerne die 4 Millionen Xanian. Damit ich mir, äh, das nichts größere Schiff zusammenschrauben kann. Ja. Das heißt, ich werde jetzt auf dem Schrottplatz viel unterwegs sein. Und ich werde jetzt nebenbei halt hier noch ein bisschen Mining betreiben. Das ist so das Ziel für die heutige Folge. Und dann mal gucken, was uns hier für Überraschungen erwarten. Ach du, Hilfe. So zumindest jetzt der Plan. Oh, da ist doch auch Xanian drin. Und da ist doch auch Xanian. Das ist doch schon mal schön. Hier ist ein Teil. Gott sei Dank, da gab es keinen Käpt'n. Oh, Käpt'n, oh, Käpt'n. Gott sei Dank, da gab es keinen Käpt'n. Ja, aber ich bin jetzt schon zu weit von der Station weggeflogen. Ach so, und hast dann festgestellt, okay, alles klar, ich brauche einen Käpt'n und wollte es gucken. Richtig. Oh, jetzt habe ich das. Na, Escape zu viel gedrückt? Nee. Was denn? Mittlere Maustasse zum Rotieren. Funktioniert gut, ne? Oh, Mann, ey. Scheiße. Oh, ich komme aus dem Kopfschüttel nicht mehr raus. Oh, Mann, ey. Was? Ich habe mal ein Schiff vor mir. Äh. Ich habe das schon. Der ist aber auch entspannt im Fliegen, nicht? Ja. Die dem Chil hier aber auch, dass der Wahnsinn. So, mit 1500 MS und trotzdem bewegt sich nichts. Liegst du mit deiner Station durch die Gegend, oder wie? Nö. Minischiff. So. Manche Schiffe muss man anscheinend zu ihrem Glück erst zwingen. Äh, ja. Also, ich muss sagen, das mit den Asteroiden, dass die Respawn, das funktioniert echt super. Ich glaube, ich habe da irgendwo irgendwas nicht richtig eingestellt, oder? Kannst du ja haben. Ja, manchmal, aber manchmal, ne? Gut, ich habe es vielleicht noch ein bisschen übertrieben. Egal. Das ziehen wir jetzt durch, Leute. Das ziehen wir jetzt durch. Wir hätten hier noch ein anderes Design verpulen, ne? Dafür müssen sie angedockt sein. Schade. Ne, gar nicht. Das machen wir hier drüber. Gut, die anderen müssen zwar angedockt sein, aber... Kann man die auch nehmen? Schade. Das sieht auch so aus. Das sieht auch so aus. Und das sieht auch so aus. Komm, du mal mal kurz hier, äh, auch die Blödschaft. Hm. Ihr dürft mal alle einmal kurz andocken. Einfach nur, damit ich euer Aussehen mal verändern kann. Den sehe ich hier hinten gerade noch. Hier nochmal 6000 und hier nochmal 900. Ja, gut. Wo sind denn die millionenschweren Asteroiden hier? Weg. Verkauft. Ich merke das schon, du. Also, da hatten wir bis jetzt auch kein Glück. Mayday, Mayday. Werden angegriffen. Piraten. Position. Wie ist es mal aufhören, uns das Mikrofon zu pupsen, während du was sagst? Danke. So. Ja. Alles klar. So. Und was mache ich nun? Jetzt so ruhig Captain. Äh, Xanian mein. Ja, gut. Muss ich ihn ja auch noch machen. So brauche ich dich Captain. Ich habe nur drei Schiffe gerade. Das ist viel schlimmer, Ressourcen zu sammeln. Ja, wie gut, dass ich die Regel nicht habe. Und so viele Schiffe haben darf, wie ich will. Tja. Jo, was sagt dein Inventar? Oder hast du schon ein Trinium? Oxanion, 1932. Trinium, 17.000. Na toll. Egal, wir nehmen alles mit. Oh, Piraten greifen wir an. Rein zufälligerweise habe ich da schon mal was vorbereitet. Rein zufällig. Ganz außersehen habe ich da direkt was vorbereitet. Immerhin steht mein Kreuzer hier und beschäftigt die dann in der Zwischenzeit ein bisschen. Was auch nicht schlecht ist, weil jetzt habe ich wieder 250.000 gekriegt für, was war das jetzt? 20 Sekunden Arbeit? Oh, läuft. Kann man auf jeden Fall machen. So, dann wechseln wir mal ins Ressourcen-Depot. Er hat Po gesagt. In den Hintern der Ressource. Um nicht zu sagen, am Arsch. So ein Tiefen muss ich jetzt nicht sagen. Aber okay. Okay. Geht durch, hat er wett. Apropos, geht durch. Ich habe gerade mal wieder aufs Tacho geguckt. Ja. Bist du schnell gefahren? Und was soll ich sagen? Ja, wir sind schon wieder über 20. Ja. Ganz schlimm. Ganz schlimm, du. Ja. Immer wieder das Gleiche mit dir. Ist schlimm, also ich schäme mich auch gar nicht. Ja, Freunde. Aber ich würde sagen, das war mal wieder eine sehr schnell vorbeiende Folge. Ja. Vorbeiende Folge, Alter. Ich habe heute... Nein. Ich sage einfach nichts. Ich sage einfach nichts. Das glaube ich besser so. Also, liebe Leute. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Ein Kommentar wäre schön. Däumchen wäre ein Träumchen. Vergesst die Glocke nicht zu aktivieren, dass ihr kein Chaos-Video von uns verpasst. Und ich sage einfach mal, haut rein. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen.